Hey Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 4. Medusa, nein! Du wirst uns nicht versteinern. Oh, wie die hat Eisgeier gelernt. Ja genau, das ist ja jetzt auch unser Schwarz-Magier-Ersatz. Das heißt, es ist Geschirrung und Schwarz-Magier, was sich schon mal sehr wichtig macht. Turbo-Ether. Such nach Eindringen. Keine gefunden, wa? Ich dachte, er wird einfach gleich sterben, der Typ. Und Rose hat auch schon 40 jetzt. Rose hat einfach ein höheres Level, siehst du? Ach, das Untergeschoss. Ach, wir gehen nach unten, will ich merken jetzt erst. Ich wünsche eine sichere Reise, Meister Rubisante. Keine Sorge, Epland wurde mitsamt seines Ninjas ausgemerzt. Ninja? Hab ein Auge auf alles, bis ich zurückkehre. Da ist Rubisante. He, Golbis und Rubisante sind weg. Jetzt hab ich ihr das Sagen. Was ist denn mit dem los? Wer ist da? Cecil, bist du dir hier reingekommen? Haben wir einen schlechten Zeitpunkt gewählt? Hast du ohne deinen Meister verangst? Wie könnt ihr es wagen, ihr Narren? Ich bin vielleicht kein Elementarfürst, aber ohne mich, Dr. Lugai, würde in Golbeth's Pläne wie einen Kartenausstest zerfallen. Ich werde diesen Turm beschützen. Macht dich nicht lächerlich. Ich hab genug von euch, meine Erfindung wird euch eines Besseren belehren. Ist das eine Ratte? Autsch, du Riesentrotte. Geil. Die sollst du schlagen, nicht mich. Zeig keine Erbarme. Das war gar nicht mal geringer Schaden. Wundermitte. Ja, das ist mir keine andere Wahl. Ich werde ihn selbst steuern. Ich spiele immer noch keine Kampfmusik. No! Krass. Holy shit! Ja, das war hier Vitra. Oh, hier Ziesel heilen sollen hoch. Was soll passiert, wenn ich das knapp drücke? Heftig. What? Ey, komm, das ist doch fies! Arschtoch. Muss ich die erstmal heilen? Ich könnte die erst wagen. Jetzt sollt ihr erfahren, warum er mich fürchtet. Ich hab nicht mal was gemacht. Du hast dich selber zerstört. Ja, toll. Jetzt spielt ihr Kampfmusik und wir haben ein totes Mitglied. Engel. Ja, okay. Ich unterschätze keine Selbstbestörung. Oh, was ist das denn? Ihhh! Was ist das denn? Oh, nee. Okay. Okay. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Der Schlafgast ist so kacke. 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 Weil... Sid wäre mir auch scheißegal gewesen. Aber das war jetzt... Mann, Leute. Der Schlafgast ist so kacke. Und... lieb subsidee, rallye, Fuji. Aber das war kurz bei dem rescates��ھimmer. Entschuldigung? We will den Schlafgericht an! Oh, die war... Hä, die hatte ich ausgestellt? Und hab ich den... Hä? Hab die doch wieder eingestellt. Okay, jetzt hab ich sie gerade ausgestellt, weil ich wieder zurückkommen musste. 1A. Ne, sorry, auf die hab ich keinen Bock. Auf die hab ich keinen Bock, auf die Slime. Die muss nämlich mit Zaun, deswegen hab ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, ich bin faul, obwohl ich so viel MP habe mit Rydia. Alle? Ja, eigentlich war das sehr dumm. Ich hätte sie eigentlich einsetzen können. Das kann nicht sein, dass der Balken sich so schnell auffüllt. Das ist unmöglich. Das ist lächerlich. Okay, wir können relaxen. Ist hier mal ein Level aufgestiegen? Rydia war es auf jeden Fall nicht. Das ist toll. Kane, du enttäuscht mich immer... Du enttäuscht mich immer mehr. Ja, ich mein, Kane ist auch zum Springen da. Da sind alle aufgestiegen. Oder ne, alle außer... Doch, alle. Ne, außer Rosa. Ein Hinterhalt. Ist nicht gerade unbedingt geil. Weil sich die Balken auch dreimal so schnell auffüllen wie uns aber anscheinend. Ich mein, im Ernst? Hättest du gerade angegriffen, oder nicht? Och, leider. Ach, Mensch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Als ob es nur eine Person hier gibt, wo er in der Lage ist, ihn umzubringen. Das gibt es hier wohl nicht. Das ist unkostbar, wie schnell dein scheiß Falken auffüllt. Das kannst du mir nicht erzählen. Ihr seid doch wirklich amüsant. Golbes. Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse. Doch das Spiel ist jetzt aus. Boah, das war knapp. Sid. Wo ist Young? Er... Er hat sich geopfert, um die Kanonen aufzuhalten. Dann haben wir einen weiteren guten Mann verloren. Und wer ist Sida? Rydia. Eine Beschörerin aus dem Dorf Nebel. Verdammt, wir werden verfolgt. Können wir sie abhängen? Ich weiß nicht. Sie haben die Schiffe der Rutschschwingen wohl aufgerüstet. Sie holen auf. Komm schon, Schätzchen. Du schaffst das. Der Motor wird nicht halten. Siehst du, immer nimm das Steuer. Sid, was hast du vor? Wenn wir an der Oberfläche sind, werde ich den Eingang verschließen. Mit dieser Bombe. Warte. Kann man auf den guten Young und sich im Jenseits nicht allein versauern lassen. Was? Ich bin hier draußen. Ich bin hier draußen, sondern geht nach Baron und spricht dort mit meinen Männern. Und du, Cecil, gib mir auf Rosa acht. Behandelt sie gut? Nein, du musst einen anderen Weg geben. Sid, bitte tu das nicht. Ey, für dich bin ich immer noch Onkel, Sid. Vergess es nicht. Flieg sofort nach Baron. Das will ich einen bobbingen Abgang machen. Wieso stirbt jeder in diesem Spiel? schon das dritte Gruppenmitglied. Der fünfte, was stirbt. Wenn wir die zwei Geschwister noch mitziehen. Sid, warum? Es ging viel zu früh. Lass es nach Baron fliegen. Boah. Alter, es ist laut. Hilfe. Ich bin hier vorerst schreckt, ey. Ja, toll. Als ob ich Young tot ist. Leck mich doch im Arsch. Der war so wichtig für die Gruppe. Jetzt haben wir noch vier Gruppenmitglieder. Frau Niembros. Entspannelt. Ja, schon. Aus dem Knapp. Aus dem Knapp. Es waren dann sehr intense Folgen jetzt letztens. Ähm, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal bei Final Fantasy 4.